Hallo, mein Name ist Elisabeth Vergeiner. Ich bin Lektorin für Deutsch aus Fremdsprache an der UKF Nitra in der Slowakei und ich freue mich schon auf das nächste Semester und die Arbeit mit Book Creator, denn ich liebe Book Creator. Meine Studierenden können mit diesem Tool endlich kreative Texte erstellen und kreativ online damit arbeiten. Das heißt, sie erwerben nicht nur sprachliche Kompetenzen, sondern auch digitale Kompetenzen. Deswegen arbeite ich sehr gerne mit Book Creator, denn es ist ein fantastisches Tool, um mit den Studierenden auch online zu arbeiten. Tschüss!